Deshalb freue ich mich, dass ich Sie für unseren Konzern gewinnen konnte. Wie sagt man so schön? Neue Besen kehren gut. Ich entschuldige mich jetzt und übergebe das Wort an unsere neue Kommunikations- und Marketingchefin. Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Hierten kommt nichts an. Entschuldigung, hier kommt auch nichts an. Hier auch nicht. Das geht gar nicht.